Hallo und herzlich willkommen bei machtwerk.ch Bei den Zoom-Calls kommt es manchmal vor, dass die Leute nicht reden und ihr das Mikrofon freigeben oder die Webcam das Bild nicht haben. Das wird bei Zoom unter links geregelt. Wenn du auf das Pfeil drückst, geht das Menü auf, wo du siehst, was du alles anwählen kannst. Bei mir ist das Mikrofon der Webcam oder das externe Podcaster-Mikrofon. Die Lautsprecher werden hier unten definiert. Hier unten hast du noch eine Audio-Einstellung. Hier kommst du auf ein separates Menü, wo du hier testen kannst, was bei dir los ist. Hier kannst du einen Tontest machen. Wenn du hier klickst, dann hörst du, ob die Lautsprecher funktionieren. und hier gibt es einen Mikrofon-Test. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und wenn du hier beides hörst, dann sollte eigentlich nichts schief gehen und dann solltest du an diesem Call mitmachen können. Hier unten das Haken ist noch relativ wichtig, als das auf automatisch ist. Meistens ist zwar automatisch, automatisch falsch. wobei hier nützt es einem schon noch etwas, weil wenn du ein lautes Geräusch hast, regelt dieser sonst zurück oder es überschlägt nicht. Und so regelt dieser einfach den Ton so etwas, als wenn du die beste Lautstärke hast. Also, dann können wir hier wieder zutun. Wenn du das so eingestellt hast, sollte eigentlich in einem guten Zoom-Call nichts mehr im Weg stehen. Ich freue mich, dich bei uns im Zoom-Call zu hören. Auf bald! 9. 10. 15. 16. 乘f 16. Vielen Dank.